Sind Sie bereit? Ja. Sie haben eine Schulschießerei überlebt, die mit den meisten Toten gefordert hat. Das besteht so ein großes öffentliches Interesse, weil viele Fragen von Ihnen nie beantwortet wurden. Du redest nicht über das, was in dieser Nacht passiert ist. Wenn Sie wollen, erklären Sie uns wieso. Wieso hast du mir nichts davon erzählt? Ich habe alles getan, um dich zu beschützen. Deshalb habe ich die ganzen Regeln aufgestellt, die du nicht befolgen wolltest. Nea, du fasst mich an! Die Menschen wollen wissen, ob sie Heldin oder Mitwisserin waren. Stopp! Wozu hat man sein Kampfgewicht, wenn man da nicht kämpft? Wollen Sie nicht Ihre Seite darstellen? Und wenn Sie einen Schuss haben, поставieren Sie ein wenig. Sie sind inginuntlich.